So, Herr Lutz, mit der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue Camo Rig Bag bzw. Vorfachtasche vorstellen. Stylish, in dem schwarzen Camo gehalten, wie ihr sehen könnt, passt zur kompletten neuen Camo Range, die wir haben über Rucksäcke, Bauchtaschen, Schultertaschen und so weiter. Zur Tasche selbst, sie ist mit Klett verschlossen, sehr praktisch, schmal, passt doch zusätzlich in jede Tegelbox, in jede Tasche rein und ihr habt einfach Ordnung beim Angeln, speziell mit Ricks, mit kleinen Kunstköttern und so weiter, geschlossen mit einem Klettverschluss. In der Innenseite verfügt die Tasche über 10 einzelne Fächer, welche mit einem Zipper versehen sind, wie ihr sehen könnt. Hochwertiges Material, sehr stabil, dass der Drilling nicht gleich durchsticht. Ideal geeignet für verschiedene Vorfächer beispielsweise, für Haken und so weiter, könnt ihr hier einzeln sortieren, eure Vorfächer, eure Stinger, Ricks und ihr habt einfach Ordnung beim Angeln und könnt sofort direkt auf das passende Vorfach zugreifen. Zusätzlich auf der Innenseite eine Reißverschlusstasche, auch wieder mit einem Mesh-Gewebe, ihr könnt durchgucken, was drin ist, auch wieder dick gehalten, dass die Drillinge beispielsweise nicht sofort durchstoßen. Auch hier wieder super geeignet für Haken, für Vorfächer, für Spiralen, für alles Kleinzeug, was ihr beim Angeln braucht. Des Weiteren verfügt die Tasche, wenn man sie wieder schließt, auf der Rückseite, wie hier zu sehen, nochmals über ein Reißverschlussfach, auch wieder geeignet für alle Utensilien, die ihr beim Angeln braucht. Praktisch verpackt, klein, sieht stylisch aus, gute Ordnung beim Angeln, ich hoffe, ihr könnt euch die neue Camo Rigback kurz vorstellen, erhältlich bei eurem Tackle Dealer, euch alle viel Spaß am Wasser, viel Spaß beim Angeln und Petri Hall.